Donau-Skifffahrt von Krems nach Melk. Und zurück. Loppen In der Bordrestauration dürfen wir Sie sehr herzlich begrüssen. Seit über 75 Jahren betreiben Krems die tausendjährige Habels- und Schifferstadt ins Löffel. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also integrale Therapie, die Bücher des Lebens, die Community und alles was das Aussteiger-Service betrifft zwischen Europa, USA, Lateinamerika, Indien und weiteren Akkus und Ländern. Schaut es euch an und viel Spaß! Tschüss! Achtung! Die Kirche ist in der Kirche. Ich bin 50 Jahre alt! Ich bin 50 Jahre alt! Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin 80 Jahre alt. Da lernt ich 50 Jahre alt. Ich habe 50 Jahre alt! Ich will 50 minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 etwa Anfang September. Empfehlt es uns weiter, bleibt uns treu. Wir werden euch informieren, wenn die Kanäle aufgeteilt sind, damit wir da spitzer auf YouTube erscheinen und leichter zu finden sind und die Themen ein bisschen schwämmen. Und auf diesem Kanal hier geht es weiter so wie wir es haben, alles in Bausch und Bogen, alles in einer schönen Generalität und Integralität, denn nichts ist etwas ohne allem. Euer George Brown und bis zum nächsten Mal. Wir machen den Unterschied, denn es ist ein Unterschied, ob etwas ein Wunschtraum ist oder ob es eine Realität dasteht, was man verfolgt, was man ihre Möglichkeiten eröffnet. Und da hast du nicht einfach nur irgendeine Träumerei oder eine Geschäftsmannerei. Also, es ist ein Wunschtraum, bis zum nächsten Mal. Also, es ist ein Wunschtraum. Wir haben uns wieder ein Wunschtraum für die Stadt, bis zum nächsten Mal. Und das ist ein Wunschtraum. Ich habe es gesagt, dass dies eine Wunschtraum. Geist, wir haben uns diese Wunschtraum, die Sie haben diese Wunschtraum, die der Zeit gegründet haben. Vielen Dank.